die hau meine lieben reichsverkäufer und damit ein herzliches willkommen zu einem weiteren broads das video freunde es ist soweit es fehlen nur noch 11 und dann haben wir die 2.000 freunde mega mega geil ja also ich denke jetzt ziemlich solide die winds bisher wir spielen nicht immer die beste combo da wir meine mails natürlich auch wenn sie machen wollen bzw das wisser bürger hängt leider einige winz hinterher aber es war klar dass er nicht mit uns alle spiele spielen wird beziehungsweise er hat auch wie gesagt keine zeit weil einige fragen von euch wo bürger ist nichtsdestotrotz freunde werden wir heute die 2000 ins machen erst aktuell bei 1400 wenn ihr dieses video sehen tut ansonsten schaut geht an text der wieder hilft leute er hat auch für die 1900 geholfen und es ist auch am start freunde die auch mit dem voice sind ja ansonsten was zu tun ist das daumen nach oben da das unbedingt ein abo da falls sie keine videos verpassen wird um jeden tag ein video jeden verdammten tag kommt ein hunderter winstreetplus video ansonsten schnappt mir nicht lange und gehen auf zu den letzten elf games an karte netz so freunde let's go erste runde wir hatten gerade das thema das wissen wir arbeiten entspannen ja finde ich ja ich bin echt gespannt was erwartet wenn ihr das video sehen tut leute ist der leute wahrscheinlich schon draußen was prädikten leute was prädiktet ihr also ich prädikte neuer brawler und neues geht aber was wollen die denn wollen die machen hat gibt es da schon in hof ich prädikte dass laurie genutzt wird also nehmen ich habe noch zwei ich sag er wird genutzt dass er schneller rennt und weniger range das prädiktet ist immer wenn ich aufnehmen dann erst wir haben davor eliminierung gespielt eliminierung aber was denkt ihr was bei laurie genutzt wird der wird auch zu 100 prozent genutzt ist immer noch der stärkste wach ja was denkt ihr was bei laurie genervt wird oder 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 ich sage oder ein bisschen wieder so was machen wir gerne nicht sagt speed also wie schneller rennt also er recht schnell aber wenn die wenn lobi genürzt ist ein schneller brawler die monat war lustig du hast keine auch nie mir fällt das jetzt ein was ich glaube ich gar nicht getroffen du aber also du hast ihn nie gespielt leute sind entspannte games wir haben mittlerweile auch ich glaube ich bin normalerweise nie so spät wir haben jetzt mittlerweile 23 uhr 9 normalerweise spielen wir immer so unterschiedlich aber auf jeden weil es nicht so spät diese ausgabe für die 2000 aber ja jetzt wie viel hast du jetzt mit unserem spieltext wie viele games 400 ja 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 ich muss so beten der was ist für immer da ist dann ist meine was denkt ihr eigentlich der modus noch voll gut anboden ja auch die high level spieler spielen alle ja ich glaube zumindest wenn ich schreibe mal in den kommentaren ok jetzt 5 oder feiert ihr das nicht also ich persönlich war absetzen noch nie wirklich richtig gespielt aber ich habe mit euch in community maps on stream haben wir jetzt gespielte tage mega geil feier ich feier ich unermal muss man halt gucken wie eine katze ja ich glaube ich habe kostet ich weiß gar nicht Ja Leute, Lowey ist wirklich sehr süß, aber ich kann den Schatten, warte, ich hiebe es. Es lebt nur noch Lowey, es schafft ihr. Ich kann das Timing noch nicht so gut mit der Bombe, aber das schaffen wir. Wir machen für euch No-Copyright. So sieht an. Jetzt kommen die Lowey. Wir haben gerade Eliminierung gespielt. Für 1900er Video haben wir Eliminierung gespielt. Und da haben wir mein Tick und mein Sprout und von Swisher auf Tick und Sprout gespielt. Tick, Sprout und Mech. Deswegen jetzt ein bisschen Umstellung auf Rawball. Ich glaube, heute haben wir aber Eliminierung gespielt, ne? Drei Stunden. Obwohl ich immer nur ein bis zwei Stunden am Tag spiele. Haben wir heute eine Ausnahme, oder? Deswegen hoffe ich, Freunde, ihr habt ein Like da gelassen und checkt auf Swisher's TikTok ab. Link ist unten in der Beschreibung. Nach dem Video. Bitte, mach das ja. Bitte, mach das ja. Bitte, mach das. Ja. Ja. Wir rennen. Ja. Leute, deswegen müsst ihr meine Videos immer angucken bis zum Ende. Ein Like da lassen, kommentieren. Komm, wir spielen. Duppel Werfer, ja. Oh. Hör auf. Oh, mein Schuss nahm nicht mehr groß. Wir müssen jetzt mal fokussen. Wir sind echt nervig mit dem. Ihr seht, Leute. Guck mal. Lori geht so ab, ne? Aber wir spielen auch nicht mit. Unser rotes ist Power 10. Nein, da, nein, da. Der Brawl ist ja ne? Du bist ja ein Blatt. Boah, nice Blatt. Sehr schön. wir haben einfach welt rekord mit abstand das würde wenn ihr dieses video anschaut der aktuelle welt rekord liegt bei 1500 1570 freunde und wir sind bei 1995 aber ihr seht freunde wir haben schnelles match bei links wegen ich brauche jetzt nicht die zwei sekunden game after game eigentlich ist das wie ein live stream für euch einfach an karte hochladen das einzige was ich hatte ist mein intro noch und ein auto ist eigentlich wie ein live stream für euch und dass ich euch leider nicht lehne ich counter alle von denen außer deiner noch wir machen aber dann wahrscheinlich noch die blauer zu ende aber dann ist nicht im video aber wir machen die blaue weil ich mag das nicht die brawler nicht mein edgar ist seit zwei tagen bei 430 ja wie gesagt leute ich habe ausgerechnet also nicht ganz genau aber ich müsste wenn ich alles und wundern haben 2888 also wahrscheinlich bisschen mehr oder 2900 das sollte eigentlich machen es geht vor schnell also eine woche jetzt fast er habe eine schnitt 200 buch ein bisschen mehr aber wir haben ja zwei tage ja 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 aber deswegen eine woche – also neun tage wären halt minus 22 tage für die sie es nicht wirsten ich war donnerstag bis samstag abend war ich nicht unterwegs dann bin ich erst samstag abend glaube ich wieder nach hause kommen da haben wir 100 wins noch gemacht ja 100 wins ja ja die games gehen schnell also ich muss sagen wir haben davor wie gesagt eliminierung gespielt also wipeout da ging es auch eigentlich die beste aber brawler aber brawler wird eliminierung fangen games die auch eine minute oder zwei jahre 1 hier bisher geht es schnell aber ich bin auch gut gekommen nicht die beste aber wir spielen eine gute kommen die iyi glaube ich das kleine tanooki was habe ich gespielt spieler zu seinem spieler oder was er kann ich glaube er macht waren und ich bin dann was der recht gut so aufnehmen ein game freunde leute ganz wichtig wenn die noch kein leichter gelassen hat das unbedingt jetzt ein leichter vielleicht schaffen wir die 1999 leicht oder die 2000 mit glück würde mich sehr freuen schauen wie viele in-game zuschauer 1.000 hat mir sex zu sagen wir haben jetzt 20 während der woche einer 20 während der woche einen habe ich glaube würde ich das würde man öffentlich spektaten hätten wir permanent 1000 oder würde ich on-stream übrigens spielen ich habe mir ich habe mir die 2000 leute wollten wir so viel ich glaube dann würde ich sagen das war es erst mal mit dem video ich hoffe euch hat das video gefallen wenn ja ihr wisst was zu tun ist lasst ein like da lasst ein abo da und dann sehen wir uns im nächsten video macht's gut ja